Willkommen bei Study Team. Pre-Screening Daten geben Sponsoren und CROs wichtige Informationen über die Verwaltung der Studie. Teilung dieser Updates kann oft mühsam für Senior Zentrum sein. Mit digitalisierten Ein- und Ausschlusskriterien im Patientenlog können Sie alle wichtigen Rekrutierungsupdates mit den Sponsoren in Esszeit teilen. Diese Updates sind identifiziert und erhalten keine personenbezogenen Daten. Der Sponsor, genau wie Ray-Fi hält, haben keinen Einblick in personenbezogenen Daten auf Ihrem Patientenlog. Mit Eigenschaften wie Patientendatenbasis, einfache Planung der Visiten und vielen wertvollen Berichten, Study Team ist ein leistungsstarkes System für Verwaltung Ihrer Kandidaten. Es kann von allen Nutzern und Nutzerinnen global bedient werden. Study Team ist für Ihr Zentrum kostenfrei. Erfahren Sie mehr, wie Study Team Ihnen helfen kann, doppelt Arbeit zu vermeiden und die Rekrutierungsziele zu erreichen. Treffen Sie sich mit unserem Team heute.